. Schon wieder bin ich bei euch in dem Kählen-Duzerner-Hinderland. Ich habe an dieser Phase nach die Falle gefunden. Sie ist gerade so kähl wie die in Basel unten. Salli zusammen. Salli leckerli. Schön bist du bei uns. Auch das Jahr gibt Sprüchle wieder viel Neues. Von Leiter über Bechen und Pannen bis zu uneinsichtigen Mannen. Wir zwei kennen heute schon lang. Und sie haben nur die Lieferenzen am gleichen Strang. Wir sagen das so nebenbei. Könnt das für Wahut etwa zu vieles Beispiel sein. Wir seien mit dem kleinen Schmutzfink an. Wir seien mit dem kleinen Schmutzfink an. Wir seien mit dem kleinen Schmutzfink an. Aus dem Wallis kommt der gute Mann. Einen Sprittenblattersetzendenner, dort hat es einen im Wochenrenner. Er will den besten Weisschenschnee, doch vom Flecken Salz ist nur noch eins rumgesehen. Der Verwaltungsrat von VW ist schneller, da hat ein paar Leichen mehr im Keller. Ich bin der Blattersepali im ganzen Land bekannt, depressiv von der FIFA geseh, jetzt ist die Stellbar gekannt. Weil ich lügen, schiessen, schmieren, habe ich ein bisschen wüssen müssen. Und wenn sie mich auch für acht Jahre sperren, möchte ich es dann noch einmal wissen. Juppei di und juppei da, weil ich so ganz sehr jung war. Juppei di und juppei da, juppei di heiba. Juppei di und juppei da, juppei di und juppei da. Gartentisch wippen und heftig ein Parierdeckel verhindern zu kippen. Das Wasser trittst du gescheitert ab der Flasche, den Gläser müsstest du zuerst noch waschen. Zum Glück hat's dort oben ganz viele Spatzen und all den Tag noch das Gipfelbrosma schmatzen. Die Leute da nahe kannst du noch lange ergänzen. Aber wir haltet unsere Grenzen. Immerhin haben sie neue WC gebaut, hab meinen Augen fast nicht getraut. Bleib gestört, hab gemeint, dass sie eine neue Stufe. Doch es war in der Ferne so viele. Aschenbecher und Robidocs sind die Brise voll, dafür ist die Aussicht richtig toll. Juppei di und juppei da, oi sie kasset juppnipa. Juppei di und juppei da, juppei di haigau. An der Weggren unten, da rauchen sie Gras. Auf dieser Seite gibt's nach dem 20er im Städtchen hinne Rüdi Gas. Im Gärtli, da flaniert man voller Lust. Und gegenüber schmückt's vom Sternen her nach frittierter Bouletbrust. Es bist nur, was bester lässt, vermieten ist schwer. Sein Grestenhaus ist endlich nicht mehr leer. Wir hätten da doch eine geniale Idee. Unsere Pornobeamten würden wir als Mieter gseh. Die surfen stundenlang auf Schmodusseite. Begaffen heisse Frauen mit den blöden Mobberweiten. Und da dran ist noch so ein Geheuer. Wir zahlen das mit unseren Steuern. In dem Haus würden ihnen die Faxen schon vergehen. Und die Finger von den Pornoseiten lassen. Denn dort drin bist jemand so. Ausgestellt wie Daffen im Zürcher Zoo. Jupp bei dir und jupp bei dein. Sie wachsen nicht wahr. Jupp bei dir und jupp bei dein. Jupp bei dir und jupp bei dein. Jupp bei dir und jupp bei dir. Wo stehen salatsetzeläge und flachbäuer in den gleichen Gestell? Ihr rottet das sicher schnell. Ramschkrümpel und auch Plunder Jubeln sie dir, geht auch Tag unter Nachhaltigkeit schreiben sie gross Doch kommt sie Lade, wo ist sie bloß? Produziert wird in China zu einem Hungerlohn Bei denen zählt das schon zur Region Gartenstüme werden bei 30 Grad weich Im letzten Sommer ein totales Eich Fahrst mit Dirne-Rollern, immens Berg und zurück Das Lödlentall, das Undi-Schluck Jackenhose, Hämlischu Findst bei ihnen zuhause genug Die sexy Unterwäsche, die wir meinen Kannst kaum unterscheiden von den Wäschleinen Auch die Pariser verkaufen sie Huchdünn, genoppt, bis zu den Rauchen Es muss also jeder selber wissen, ob er die Welt brauchen will Wenn etwas passiert, es könnte ja sein Bei dir, hast du auf die Ideen leider nur 8 Monate Garantie Das Werkzeug klemmt, Karten und kosten Dafür kostet es aber fast nichts Ist dir die Qualität nicht so wichtig? Bist bei der Landi immer richtig? Wir haben noch einen grossen Verteiler im Visier Verkauft uns weder Wein noch Bier Aus der Region, für die Region Es verspreche an die nächste Generation Verkaufen keine Schnapp und rauchen Sachen Das Drecksgeschäft kann ein Änder machen Die Strategie geht Augen auf Doch letztens, es verschlägt mir fast den Schnauf Verjubelt im Dezember Berge von Dekoration In Jänner gibt es Gös und Säcke in der Aktion You by the and you by the Sie kann zerjubeln, you by the and you by the You by the, you by the, you by the Ich bin an Statt ans Tag zum Haus ausgegangen Mit Velo gefahren in Telefonstangen Der Kopf tut mir weh, ich habe nur noch Sterne gesehen Das ist der Abgang von meinem Drama Ein Scheich aus Karten ist gar nicht heilig Auch er hat es an dem Tag einfach vereilig Ist trotzdem Fluchverbot gelandet in der Not Wenn sie die Edli ruft, ist sie zweiteilig Ich hab die ganze Geschichte nicht können ahnen Hab mich mit Schmerzen der Weg müssen bahnen Durch die Stadt bei Gliedruf schon in Notfall hineinkommen Hab die Damen gründlich gebetet um Aufnahmen Das Fräulein hat mir geantwortet wie alle Es freut mich, dass Spital in der Brutfalle Doch unses Haus ist vorbereit, mit dem Scheich, es tut mir leid Drum nimm mich nicht, wie sie heute auf keinen Falle Wir tun sie an eine andere Stelle verwiesen Wie unverschwere Krankheit oder Krise Nimm dumme Leute mit Mächtig Cash Arme Tropfen, dass sie nicht hast Bei uns ist alles brav von der Wiese Oder sind sie gar unter die Reder? Die Firma Amstein und Willison, die haben die Reder Juppa di und Juppa di da Hoi sie macht's auf Juppi da Juppa di und Juppa di da Juppa di hoi da Vom Mittleren gehen wir jetzt in ferne Osten Ein emsiges Völkli auf Basel ist geopostet Sie Genta kostet den Haufen Läckli 40 Milliarden sind für die Chineser ein Schnäppli Unsere Herdottel haben Es ist kein Witz In die Zukunft nur noch Augen mit Schlitz Oh zick, die mit den Metalltrinkflaschen Landen in den Chinesen Einkaufstaschen Die Arbeitsplätze bleiben Der Sozialplan verkleidlich Vom Haus gesetzt du pendelisch auf Peking täglich Juppa di und Juppa di da Juppa di und Juppa di da Juppa di und Juppa di da Juppa di ha da Juppa di ha da Mögen ihr auch alle kaum gewartet Bis ihr die Stimmunterlagen im Haus habt? Oder sind ihr, gehört ihr zu denen, die sagen Ich mache ja gleich, was sie wollen? Tje Mögen ihr sohlt Saget am 28. Februar ja wenn es um die zweite Gotthard locker geht Dann saget ihr Entschiede nei Leute dazu direkt zur Bombardei Das Argumente ist durchaus driftig Frau Leuthard macht sie im Wahlkampf richtig hat's ganz Europa furchtbar neilig. Gefahren wird einspurig, verspricht sie hoch und heilig. Todes, um Himmels willen und herrje, das ist doch ihr grudig, erstes ihr Metier. Juppei di und juppei da, reising hat's ein Unicorn. Juppei di und juppei da, juppei di herrje. Was steht hinter einem erfolgreichen Mann? Natürlich seine Frau. Was steht hinter einer erfolgreichen Frau? Eine Zwiebel voll dreckige Wäsche und dann noch die Stossen voll. Regierungsmord ist jetzt ziemlich arm. Es fehlt einfach an weiblichem Scham. Wir können das schon von Willisau. Dort in der Zunft hat's auch keine Frau. In Luzern hätte man trotz so viel nicht wollen. Und auch die Carnöfler, wenn die Stadtmärkte nur gesellen. Das Amerika ist die Hillary die erste Wahl. Der Gedanke ist für euch die Zünftler eine Qual. Was mir jetzt sage, es braucht ein wenig Mut. Nicht zu viele Frauen, die in der Oggie und in Mande gut. Mann ist ein Mann ein Mann! Kann öffnen wollen keine Frauen. Kann öffnen wollen kein langes Haar. Kann öffnen sind auch nur Menschen. Kann öffnen sind etwas an der Bar. Kann öffnen sind so verletzlich. Kann öffnen sind einfach unersetzlich. Wann ist ein Mann ein... Kann öffnen? Kann öffnen. Immer nur Radiesli und Knäckchenbrot. Das ist für uns der Tod. Eine neue Nachricht kommt von der Lebensmittelfront. Mehr als 50 Gramm Fleischprodukt ist der Darm nicht gewohnt. Die verursacht das Zeug böse Gespür. Doch was kann da Servalat und Koden für? immer gesund und achtsam leben. Finde Mili total daneben. Gib kein Salami für'ne Glost. Kein Schnäckchen für'ne Durst. Uns beiden ist das alles Wurst. Jawohl. Jawohl, jetzt geht es bis zum nächsten Mal. Gut, bis zum nächsten Mal! 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 Wow, wie zum nächsten Mal! Und bis zum nächsten Mal!